Das gucken wir jetzt auch noch. Geld, Zocken, Entspannungskerze. Ein Tag mit Sido, der Deutschrap-Goat. Kommt zu einem neuen Video. Ich begleite heute jemanden wieder einen ganzen Tag und nicht irgendwen. Den zweitbeliebtesten Rapper Deutschlands, Sido. Ich freue mich. Erstbeliebteste Rapper ist Hans Verwood. Ja. Meine Nummer 1 ist Hengst. Ist doch gut. Ja, meine auch. So, was machen wir denn heute? Wir fahren jetzt auf ein Konzert von mir. Alter. Hattest du nicht gerade noch eine Zigarette in der Hand? Nein. Nein, okay. Konzert und wo trinken wir auf? In Leipzig. In Leipzig. Ja. Da gebe ich mir gestern schon reingezogen. Es ist noch früh, Mann. Es ist... Es ist 13.11 Uhr. Es ist 13.11 Uhr. Ja, früh. 4, 3, 2, 1. Let's go. Ich hasse das Intro. Mein schönster Tag mit dir, ja. Ja. Nee, der letzte war auch ganz schön. Der letzte war nicht auch ganz schön. Der letzte war nicht auch ganz schön. Der letzte war nicht auch ganz schön. Da habe ich auch Geld verdient. Ja, ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich habe auch Bargeld bei. Gut, wir mal. Wollen wir mal hinten einsteigen? Ja, wir müssen nach hinten. Joe sitzt hier. Ihr müsst euch alle anschnallen. Ich, ja. Ja. Zack, sind wieder mal nur 30.000 weg. Oder 40. Wenn ich nicht angeschnallt bin. Ja. Aber es ist doch dein Kanal. Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Ja, Leute, dann entfolgt mir. Okay. So, aber jetzt erzähl doch mal. Endlich mal wieder Konzert. Woo! Woohoo! Ich freue mich. Ich war noch nie auf dem Sido-Konzert. Ich war schon zweimal auf dem Sido-Konzert. Das wird mein schönster Tag mit dir. Ja, ich glaube auch. Äh, mein, was war denn? Mein letztes Konzert? Ich habe gerade eine Nase-Chat. Wo denn? Wo sind 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 denn? Max Schmielinghalle. So, ist weg. Danke. Da habe ich die einen Tag begleitet. Das war gut. Die können echt Musik machen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob du das kannst. Nee, ich kann re... Ja, das ist auch gut. Wie lange spielst du heute? Das hier, wie lange ist das? Was ich mich frage, ist... Ich freue mich, dass ich nicht der Einzige, wenn du Corona zugeschlagen hast. Siehst du gerade auch auf Santorini mit Tanzverbot. Wieso, wegen Bauch? Ja. Corona hat eigentlich alles unter mir zugeschlagen. Das heißt, abgenommen? Ich habe ein bisschen abgenommen, ja. Das war mehr. Das war vorher... Und er ist reicher geworden. Das ist wichtig. Irgendwie mehr. Sogar noch. Er hat einen Meerbauch. Schön, schön, schön. Aber du bist auch 40. Und ab 40 wird es noch schwerer, den wegzukriegen. Ich weiß nicht, was das für eine Weihnachtsmusik ist hinter uns. Komm, wir gehen mal zum Konzert. Nee. Dann wäre geil. Wieso? Lecki. Die Gurken ist ja nur Wasser. Wasser mit Grün. Nochmal ein Song mit Bushido. Looping Louie schreibt das. Looping Louie? Nö, steht nicht an. Wie ist das insgesamt das Verhältnis? Ich sag mal so, Bushido hat jetzt so aktuell in der Webszene so die gleiche Beliebtheit wie Michael Wendler im Schlagerbereich. Oder Hey Aaron in der YouTube-Szene, ne? Ja. Aber nicht deswegen würde ich keinen Song machen. Es steht einfach nichts an. Und wir haben auch kein Verhältnis. Kein Verhältnis mehr? Nee. Gibt es böses Blut, gutes Blut? Nee, auch nicht. Hast du mit irgendjemanden böses Blut? Nein. Gibt es einen Rapper, wo du sagst, oh, da muss ein Song nicht sein? Nö. Nö, kein Rapper. Das wäre eher so eine Postbote oder eine Kassiererin oder sowas. Ob die ich Hass hätte. Wo ich einen Song machen würde. Aber gibt es jemanden, den du gar nicht magst? Ja. Wendler. Wendler. Ja gut, den mag ich auch nicht. Okay, was hat er gemacht? Welche Sachen bereust du in deinem Leben? Ehrlich gesagt habe ich viele dumme Dinge gemacht in meinem Leben, aber ich bereue die nicht, weil ich glaube, das hat alles beigetragen, dass ich heute sehr... Das ist ein Teil der Straße, du weißt, das ist ein Teil der Vision. Always stay focused. Gar nicht? Always stay real. Keep the hustle on going, you know, guys. Actually, jetzt ist auch ein sehr funny Abend mit Sido gehabt in Berlin. Das war ziemlich nice. Da haben wir zusammen Gesellschaftsspiele gespielt. Das ist kein Witz. Geh mir davon aus. Ein sehr korrekter Typ. Also jetzt erst zweimal getroffen. Sehr, sehr korrekter Typ, der Paule, wirklich. Also es hat mir gereicht. Ich wollte immer hin und erschütten. Ich war betrunken und jetzt muss ich auch da an der Stelle ehrlich sagen, es gab so Zigarren, die rumgereicht wurden und das Nikotin, das hat tatsächlich extrem krass gewirkt. Also das hätte ich jetzt an der Stelle gar nicht erwartet, dass diese Zigarren, die da selbst, sag ich mal, hergestellt worden sind, dass die auch tatsächlich dann durch das Nikotin dementsprechend ihre Wirkung gezeigt haben. Und das habe ich an der Stelle dann nicht bedacht und habe das, ja, dann auch ein wenig unterschätzt. Genau. So eine Bobbahn runterfahren, als ich das gesehen habe. Okay, wieso schreiben alle jetzt 420? Weiß ich nicht. Habe ich aber nachmittags schon bei den Proben gemacht. Kiffer. Ich war dann mal runtergefahren. Was ist das? Hat gereicht. Hätte ich nach Hause fahren können. Und schlecht, wenn ich mich erinnern kann. Ja, der Letzte oder sowas. Ja, ja. Ich habe ihm da irgendwie meine Show gemacht. Ich hatte dann keinen Bock mehr auf das Fahren, den Wettbewerb. Ich wollte einfach nur das machen. Hätte ich nicht gebraucht, aber bereue ich nicht so richtig. Weil ich glaube, ich würde heute immer noch denken, wie geil wäre das, mal so eine Bobbahn mit einer Dings runterzufahren. Ja, okay. Heute weiß ich, dass ich es nicht gebraucht hätte. Also ich weiß, es hat mir wenigstens trotzdem auch geholfen. Was ist das Teuerste, was du dir hier gekauft hast? Immobilien. Sagen wir mal weg von Immobilien. Mein Mann. Wie teuer war die? 36. Wie viel hast du davon? 36. Ich habe viele. Du hast viele Uhren? Ja, es gibt viele Uhren. Warum? Das erste Mal, als ich die hier getroffen habe, hat er mir seine Uhr und seine Kette angezogen. Er hat gesagt, hier, warum sind deine Ketten nicht vergoldet? Oder warum sind da keine Brillis drauf? Dann hat er gesagt, habe ich gesagt, hast du recht. Warum habe ich das nicht? Ich sammel Uhren. Hast du schon mal eine verloren, so im Schwimmbad? Nee. Beim Sport liegen lassen? Nee. Hätte ich tatsächlich noch nie eine Uhr verloren. Verwettet? Ja. An. An. Chilliger Voice-Kick hier. Ich habe eine Uhr verloren. Verwettet? Ja. Achtung. An. 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 Böjan. ein Boss hat schon mal eine Uhr von mir gewonnen. Wie? Beim Würfeln. Würfeln? Ja. Nütze Zahl gewinnt. Und was hattest du? Weiß ich nicht mehr. Er war höher. Guck mal, ich würde meine Apple Watch setzen. Und? Gegen die? Nee, wie viele Apple Watches würdest du setzen gegen die? Nee, die eine. Guck mal, da ist Mickey drauf. Okay. Nee. Wie viele sind denn heute da? Weiß ich nicht. Etwa? Drei? Vier? Drei. Was kostet das Ticket? 40? Weiß ich nicht. Ja, 40. 120 machst du heute. Naja, es kostet ja auch ein bisschen was. Achso. Danke, Aaron. Du bist der Wirtschafts-Boss. Was kostet das? Ich hab mal gehört, ein Drittel. Kostet das? Ne, also ein Drittel bleibt beim Künstler hängen. Das heißt, 40. Könnte passieren, so ja. Ja, du fährst für 40 dann, aber machst nicht mal kurz die Tomate? Ja, weil das Spaß macht dann. Ja, aber Tomate macht auch Spaß. Vielleicht ein bisschen kühler ist. Ich dachte eigentlich, der Wohnwagen da hinten ist für dich. Wieso? Der Wohnwagen? Ja, der sieht so aus, dass du da öfter Zeit verbringst. Der sieht so aus, dass du da öfter Zeit verbringst. Der sieht so pängelig aus. Ne, der ist von Renate. Wer ist Renate? Wer ist Renate, die geile Sau? Wir brauchen ja auch ein bisschen Erleichterung manchmal. Oh, da wird gefickt. Guck mal, hier ist der Plan. Show 0, 2020 bis 21.50. 22 Uhr. Abgezickt. Mal hier. Boah, guck mal, sogar mit Obst und alles. Und Snacks. Du lässt es hier richtig gut gehen. Ja. Geh jemand wohl. So, es ist jetzt... Es ist 16.40 Uhr. Alter, Digga, Aaron, wo ein fucking Boomer mit dieser Uhr. Bei Gott. Es ist 16.14 Uhr und wann geht es los? Um 8 Uhr. 8 Uhr 20 oder so. Was machen wir jetzt so lange? Klar, du entspannst auf Sidoart? Ja. Das ist so ein Ding. Das ist eine dieser Zigarren, die so anders schmecken. Ne? Das ist die Sidoart. Ja, das ist... Das ist das. Das ist das, ja. Wirst du auch mal sauer? Nö. Also, ich hab dich jetzt nur einmal sauer gesehen. Im Internet. Ja, als da so ein Reporter vor der Tür stand, aber das war nachvollziehbar. Da hat, äh, die Zigarre, äh, Gojiro 420, äh, passenderweise, ähm, da hab ich auch mal dran probiert und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wurde mir aber schnell schwindelig. Huiuiuiuiuiui. Da hab ich beim Werbungspielen gar nicht mehr, äh, mitspielen können. Wirst du sauer? Ne, ich hab mich auch so noch nie gesehen. Vielen, vielen Dank. Das sieht salatig aus, mh. Ja, ich dachte, du bist ein Salat. Ja, find ich gut, Salat. Ich dachte, du hast das Luxuri... Luxuri... Du hast mehr... Aaron, lern reden, Mann! Was? Lüüüüüüüüü... Weiß nicht, dicker, dekadenter. Mhm. Freu dich doch, dass es nicht so ist. Ne, bin ich ein bisschen enttäuscht. So dick? Ja. Geh zu Renate dann. Hast du eigentlich noch Bock, meinen Block zu singen? Ja. Arschwick-Song? Ja. So, geil. Also nicht mehr so richtig Bock, aber die Leute haben Bock und deswegen mache ich es aber auch anders. Ich spiele nicht den ganzen Song, das die die Leute machen bei dem Song. Achso, also das heißt, wenn du vieles Publikum machst, machst du es eigentlich nur den Song für die Leute? Ja, dann ist es der Song, den die Leute sich wünschen im Grunde, um mitmachen zu können. Der Anal Traficanto-Song, wir lieben ihn. Was ist dein Lieblingssong, den du allein... Wie viel Prozent hatte die Zigarette, wie viel Prozent Alkohol? Das kann ich je sagen, ich bin da nicht drin. Einen immer nur für dich singen willst, weil du ihn magst? Männer Turnien, aber die mögen die Leute auch. Das ist vom neuen Album, vom letzten neuen Album. Die mögen die Leute sehr gerne. Ich würde dich ja gerne mal den Vogelfänger singen hören. Vogelfänger? Ja. Der Vogelfänger, bin ich ja stets lustig. Heißer, hoppser, sacht. Euch könnte interessieren, wie es hier aussieht. Ich habe mich selbst noch gar nicht umgeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Hier ist die Bühne. Jetzt muss man mal gucken, sind denn schon Leute da? Nee. Ach guck mal, erwähnt Corona, kann man gleich mal zeigen. Müssen die heute alle auf Stühlen sitzen? Dürfen natürlich leider auch nicht tanzen oder so. Nicht singen und nicht Spaß machen. Aber das ist jetzt... Man merkt, die sind 40. Nee, nee, Aaron ist, glaube ich, erst 30, aber benimmt sich wie ein 50-Jähriger. Sido ist deutlich cooler als Aaron. Klar. Schon. Ich komm, wir gehen mal gucken. Vorprogramm ist nachher da. Und dann, wenn DJ Desi und Sigi kommen, dann fällt sie runter und dann rasten alle aus. Okay. Da singt eine Bühne. Da steht ein Koffer. Da ist Licht. Ja. Da ist Wasser. Sau geil, wie du das präsentierst, Mann. Da steht auch der Ablauf. Der Kawuki fällt. Wie Papa mein Blog. Straßenjunge. Halt dein Maul. Fuffis Leben vom Tod. Also ich glaube, mit singen kann ich den. 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 Den, den, den. Den, 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 den. 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 Den, den, den und den. Und Testament auch noch, ja. Mein Blog kommt. Straßenjunge. Halt's Maul. Fuffis im Club. Sehr gut. Bilder im Kopf. Auch toll. Testament. Super. Und Astronaut. Letztens, äh, haben wir im, ähm, Auto auch an, äh, als wir nach Berlin, ne, nach Hamburg gefahren sind, Sascha und ich, haben wir Sido, äh, die ganze Zeit Aufnahmen geschickt, wie wir seine Songs schreien. Er hat darauf nicht geantwortet und uns, also Sascha an der Stelle, on read gelassen. Sie einfach nur geöffnet. Das war extrem unangenehm. Scheinbar war unsere Performance nicht gut genug. Und falls es eine Zugabe gibt, Carmen und der Arschfick-Song. Natürlich. Zum Ende. Ist schon viel. Wenn du überlegst nachher, hier ist alles voll und die haben alle gute Laune und haben Bock. Und dann gibst du Bier, pralle Sonne auf dem Kopf. Super. Hätte auch Spaß. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war noch nie beim Sido-Konzert. Ich bin immer viel zu wenig bei Konzerten von Kollegen. Auch Pietro und sowas. Ich bin nicht da irgendwie. Ich bin die ganze Zeit nur Scheiße hier machen am Streaming, Alter. Ihr kotzt mich an. Ihr macht mein Leben kaputt. Ich hör die Musik, geb ich aber vor ihm nicht zu. Sag mal, jetzt war ich kurz pinkeln. Auf einmal ist Soundcheck durch. Ja, geht schnell. Das hab ich doch gesagt. Ich hab gute Leute. Ja, aber du hast... Wie viele Songs hast du jetzt gesungen? Zwei. Mach mal dein Mikro ordentlich. Dann hat der Joe gefuscht. Und jetzt chillst du rum? Jetzt chill ich hier kurz. Dann kommt bestimmt gleich eine Box hier rein. Dann werde ich bisschen Musiker. Was hörst du so für Musik, um dich zu motivieren? Eye of the Tiger? Nee. Risen up! Back on the street! There's where the summer, where are they? Ja. Nee, was hörst du so? Äh... Ich würde gleich Burner Boy hören. Ein bisschen was Englisches. Okay. Ja. Und Burner Boy ist afrikanisch. Aber englischen... So Grime oder sowas würde ich mehr... UK Grime. Bob Marley, drei kleine Vögelchen. Three little birds. Ja. Singing a song of freedom. Super. Ja. Und du hast gesagt, du fängst noch an zu trinken. Ich bin ja auch so ein bisschen enttäuscht. Willst du? Nee, ich will dich zu nichts nötigen. Ich möchte dich aber nötigen. Jaaaa! Aber dann bist du zu betrunken, Offa. Wieso? Ich verliere Trinkspiel nicht? 43 Kurze ist mein Rekord. Oh shit. Miss Germany Wahl. 43 Kurze, Maschallat, Digga. Oh shit. Diese Zuckerdinger, ja? Ja, und ich konnte danach noch reden. Und tanzen. Die haben die da noch eine Umdrehung, die haben ja gar nicht zu viel. 15? Ja, 15,70. Naja, okay. Wir trinken jetzt was mit 40. Meinem Wodka. Oh nee. Hast du gar nicht bei? Habe ich nicht bei, doch. Dann können wir nachher trinken. Ich muss heute nicht mehr fahren. Timo fährt. Bruder! Ich weiß nicht, wie der heißt. Du bist immer Bruder. Hä? Nennst du auch alle Bruder? Ja, Bruder oder mein Kleiner oder Mädel oder so. Ich sag, ich hab so zwei große Brüder und dann ist es gut. Und ich hasse es so, wenn ich so in einen DPD-Shop reinkomme oder ... Doch gar nicht. Ja, dass ich dir die Rechnung von der Currywurst mitbringen soll. Das wär ... So machst du dich jetzt richtig warm mit Schoki und lecker essen. Ja, eine Roulade. Wirst du vom Bauch nicht träge, wenn du so viel im Bauch hast? Ein bisschen, aber so eine kleine Roulade. Das ist ein Roulette. Das ist dein? Wodka? Gin. Gin? Ja. Wodka haben wir auch. Machst du mir einen Moskau-Mühl? Wir haben kein Gingerbier da. Macht man da mit Gin, oder? Mit Gin und Gingerbier. Machst du mir nicht mit Wodka? Ach, keine Ahnung. Hauptsache knallst du. Kaboom. Schon schick verpackt. Wir haben Preise gewonnen fürs Packaging. Wirklich? Mhm. Alter. Sieht aus wie eine DDR-Birne. Das ist geil. Das will ich auch saufen. Komplett rund. Aber guck mal, das ist ja doof in der Bar. Kann ich da nicht hinschicken? Doch. Oee. Mhm. Kannst du ruhig ein bisschen essen? Der würde nicht umfallen, mein Großer. Oh, jetzt ja. Ist umgefallen? Ja. Hast du doll getreten. Oder der Boden ist schick. Ist ja schick. Oah. Mein Lieber. Mein Lieber. Das ist aber eine aggressive Michi hier, Digga. Das ist aber, also. Wenn das eine, eine Rubrik ist bei Schlag den Star, dann habe ich dich, mein Lieber. Ich muss ja. Junge, Bro. Ich weiß nicht. Bro, was für eine Michi ist das, Alter? Ich müsste auch mal mal hier Tipps geben. Das ist, als wenn er mir was vom Autofahren sagen will. Ist ein bisschen weniger, aber ist gut. Aber dann nicht auf X. Naja, aber weg. Okay. Ich wollte dir mal sagen, ich finde deine Musik super. Ich leider auch. Alles klar. Boah. Steinschere, Papier und Honi. Ich habe einen Fuffi jetzt. Jetzt hätte ich griffbereit. Okay, einen Fuffi. Eine Runde. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ich kenne so viele Leute, die so Musiker sind oder sowas. Oder, sag ich mal, in irgendeinem Ding erfolgreich sind. Es spielen alle die ganze Zeit so Minigames um Geld und sowas. So, okay, hat jemand Würfel? Ah, wir würfeln kurz um 1.000 Euro. Solche Geschichten gehen die ganze Zeit da. Botafone, Mann. Schnick, schnack, schnuck. Nee, ich bin ein Fuffi jetzt. Hier meine Bauunterlage. Wenn ich Geburtstag habe, ja? Und ich will, dass du singst. Was kostet das? Was? Welche Umstände? Ja, ich habe Geburtstag und möchte, meine Oma wird 90 und ich möchte den Arsch fixen. Umsonst. Ja, ich komm. Noch einen? Später, ja. Nee, jetzt. Okay, komm. Auf dich. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du hier bist. Oh, das ist doch ganz schön viel. Aber jetzt entspannt, oder? Aber jetzt beim zweiten bist du dann gewöhnt. Das war jetzt nur der erste, der so blööö ist. Aber du hast doch den Geschmack immer noch im Mund. Ich tricke nur noch Moskau Mühl und 43er Milch mit Milch. Dann mach dir da Ginger Ale rein. Nein, du hast ja kein Gingerbier da. Ginger Ale vielleicht aber. Ach, ist doch egal. Ja, Mann. So ist es auch schneller. So genießt, Mann. Jetzt Auftritt. Ja. Was ist der erste Song? Äh, Papa ist da. So ein Intro. Intro vom letzten Album. Fällt denn der Vorgang runter? Ja. Ich geh erst mal vor den Vorgang für den ersten Song. Dann geh ich dahinter und dann fährt der Vorgang und dann kommt mein Block. Und dann so alle ausrasten. Jo. Ich hoffe, die rasten schon aus, wenn ich rauskomme und meinen Pimmel zeige. Machst du da irgendwie sowas wie irgendwie? Äh, Sido, nicht den Penis zeigen. Und jetzt kommt Sido und dann kommst du dreimal nicht und beim vierten Mal kommst du? Ich mach keinen Quatsch. Quatsch gibt's bei mir nicht. Klamauk? Gibt's hier nicht. Wirklich nicht? Nee. Doch, wenn ich... Wenn du ein paar drin hast, oder? Aber das ist nur Klamauk für mich. Den versteht ja auch kein Mensch. Ach so. Meine Witze versteht kein Mensch. Ich glaube, die sind auch gar nicht witzig, aber ich find's halt witzig. Ja. Also du machst jetzt ganz normal Show. Wann muss er rauf? Ne, 20 nach. Das sind doch nämlich 10 nach. Das wär doof, wenn 5 nach... In 10 Minuten. Nervös? Nö. Gar nicht? Nö. Stell dir mal vor, du gehst jetzt hoch, pupst und man weiß, du hast grad Kohlen. Dann muss ich lachen. Dann muss ich lachen. Wirklich? Das riecht keiner. Die Bühne ist open air. Das wird keiner riechen. Der pupst das e-kognitiv. Wollen wir eine Bombe trinken? Nein. Ich hol dich auf die Bühne zum Bombe trinken. Das war nicht abgemacht. Ja. Viel Spaß, viel Erfolg. Timo findet mit. Ja. Du kommst, wenn dein Name gerufen wird. Aaron. 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 Wenn dein Name gerufen wird, wirst du kommen. Und dann? Habe ich mir was ausgedacht bis dahin. Hala. Ausverkaufter Laden da. Schön, schön. Köln Arena. Langxess Arena war ich gerade auf dem Konzert. Immer mal sehr, sehr geile Energy. Ähm. Wieso ist jetzt da eine andere Musik drüber? Ähm. Aaron. Das ist ein Konzert. Also hätte man da nicht einfach... IMCA, maybe. Ja, das kann sein. Weißt du, ich habe gedacht, wir machen heute Träume waren. Nicht nur wir beide trinken einen. Wollen wir noch in meinen Hof holen, der mittrinkt? Und ich hatte die Idee, wir machen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir holen den Jüngsten hoch und der bringt seinen Papa mit. So. Ja gut, okay. Ich habe aufgepasst. Da hinten ist ja der Kollege Zehn. Bring mal Papa mit und komm mal her. Hallo. Hallo. Mein Bester. Wer bist du? Jonas Oliver. Jonas Oliver ist der... Jonas Oliver! Jonas Oliver! Jonas Oliver! Digga, Jonas Oliver, rein! Kipp einfach ein, wie viel jeder trinken soll. Wart mal, halt mal, halt mal, halt mal. Der Dad ist richtig... Oh, der Dad ist grad richtig froh, dass der Jonas Oliver vor zehn Jahren gemacht hat. Der ist richtig froh. Der Junge wird sich viel mehr freuen, wenn er neben Trimax steht, aber... Och, wie der Kleene. Warte, das... Warte, das... Das geht aber so, das kennst du noch nicht. Das geht so. Wo ist Leitne? 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 Alter, geil! Der Junge kennt das. Ich hab' noch nie gekippt! Ich hab' noch nie gekippt! Aaron! Aaron Troschke! Das werde ich jetzt an alle Marketingleiter schicken, die ich kenne. Und dann, Aaron, wirst du sämtliche Placements verlieren. Papas und Sailplay, Dankeschön für eure Subs. Aaron! Das hörst du dir meiner Mutti erklären, ey! Genau deshalb ist er bei RTL 2. Ist Aaron echt deshalb im Fernsehen gewesen, weil er auf der Bühne gekifft hat? Als ob Aaron noch nie gekifft hat. Und wie war's? Gut, man! Es war gut! Hey! Die Leute haben dich doch geliebt, man! Du bist Hey Aaron, man! Ja, danke! Wirst du? War aber echt gut! Warst du gut? Alter, Aaron hat erstmal eine halbe Stunde hinten im Backstage alles vollgekotzt und hat erstmal seine Seele und seinen Teufel, seinen inneren Dämon, seinen Scheytan gesehen bei Gott. Warst du ein bisschen aufgeregt nochmal? Nee, aufgeregt gar nicht, aber es war so für mich. Hast du gemerkt, dass die Leute freuen sich, dass du da bist? Nein, ich hab nicht drauf geachtet, weil mit dir auf der Bühne war schon schön. War geil, ne? Die warst du schon? Ey! Ich kann was, ne? Deine Witze waren auch gut! Davon hab ich heute nicht viel mitgekriegt, aber die waren... Die sind aber immer wieder neu, die sind spontan! Ja! Die sind spontan! Ich bin spontaner Witzmacher! Du bist ein alter Silberrücken! Ja! Ich glaub, regelmäßig nimmst du die neuen Rapper am Nacken und führst sie mal spazieren. Wenn sie Bock haben! Wahnsinn! Kann ich mich kurz umziehen? Nee, wir machen jetzt Feierabend. Jeder fährt nach Hause? Nee, du fährst bei mir mit, oder? Passiert da noch irgendwas Spannendes? Nö! Dann machen wir Abmoderation! Machen wir Feierabend, weil es Abmoderation gerade angesagt! Ja, mach mal! Wie zufrieden warst du? Ich war sehr zufrieden, aber mit dir auch! Deine Performance heute! So ein geiler Tag! Achso, ein unglaublich geiler Tag, Mann! Schnittstackstuck jetzt! Mutter, komm mal her! Stell mal eine Frage! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Komm mal kurz her! Komm mal kurz her! Nee, nee, okay, okay! Um 250? Nein, 100! Doch, 250! Nein, wir machen jetzt Männer! Wir machen jetzt 250! Nee, ich bin nicht 250! Und du denkst dir eine Zahl aus und wir tippen! Sag eine Zahl! Sag eine Zahl! Du denkst dir eine Zahl aus? Ja, denk dir eine Zahl aus! Hast du eine Zahl gedacht? Denk dir eine Zahl! Du darfst zuerst! 250! Mann oder Manuela? Nee, du darfst zuerst! Alter, ein bisschen besoffen ist, Aaron! Drei! Fünf! Vier! Sieben! Ich, 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 ich! Hast du bei? Ja, ne? Doch, gib mal! Du hast gesagt, du hast Geld bei! Ich schick's dir bei Paypoint! Das war's ein Tag mit Sido! Du bist zum nächsten Mal! Alter, der wird so zusammengeschlagen, Mann! Warum? Warte, das wollen wir noch auf Kamera! Geiles Video, hey Aaron! Geiles Video! Geiles Video!